Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Schicht dauert von 13 bis 22 Uhr, zumindest laut Dienstplan Kennst du? Ich kenne das Haus, es reicht ja fast hin Der erste Einsatz, ein junger Mann randaliert in seiner Wohnung, kein Unbekannter Was sie vor Ort erwartet, wissen die Polizisten nicht Selbst harmlose Einsätze können schnell kippen Zwei der Vorwärts-Notseite zur Siegremer Braunschweig Deshalb sollen auch bei kleinen Vorfällen immer zwei weitere Kollegen unterstützen Doch nicht immer gibt es genug Personal Heute schon Vom Vater wurde ich zusammengetreten, von der Mutter wurde ich fast überfahren Vom Bruder hat mit der Klemmer bedroht und was ist los? Ich habe mir nicht einmal die Hand gehoben gegen diese Frau Eine Familienangelegenheit Der junge Mann ist wütend und will sich nicht beruhigen Frank Vogtländer versucht, die Lage mit Worten zu klären Warum wir jetzt hier sind, ist aus dem Grund, man hat uns angerufen, dass sie hier wohl sich nicht mehr ganz im Griff haben und hier randalieren Und das wiederum ruft die Polizei sehr wohl aufs Spielfeld, weil das geht nicht, sie müssen sich hier schon ein bisschen benehmen Äußerlich ruhig, doch gerechnet haben sie mit etwas anderem Ja, das hat man daran gesehen, dass er ab und zu seinen Pullover auf und zu gemacht hat Dann hat er ihn ausgezogen, dann hat er mit den Fäusten die ganze Zeit gepumpt Das sind immer so Anzeichen, wo man sich schon darauf einstellen kann, dass das Ganze gleich kippt Aber zum Glück ist es in die andere Richtung umgeschlagen, dass er dann doch nochmal zur Ruhe gefunden hat Streife fahren Das ist eine alltägliche Arbeit für die beiden Polizisten, und zwar eine besonders wichtige Ja, auf jeden Fall Wir werden ja auch ab und zu mal angesprochen, dass sie sich freuen, dass man öfter mal in der Nachbarschaft bei denen rumfährt Insbesondere in Hinsicht auf Einbrüche Alleine schon, wenn wir da durch die Nachbarschaft fahren, fühlen sich die Leute sicherer Weil dann ein Einbrecher wahrscheinlich zurückschreckt, da jetzt irgendwo einzusteigen, nur weil wir da vorbeifahren Könnt ihr das denn personell wuppen, diese Präsenz zeigen, also einfach mal losfahren und gucken? Nicht immer Also klar geben wir uns Mühe, das auch irgendwie hinzukriegen Aber es gibt halt auch einfach Schichten, wo wir von einem Einsatz zum anderen fahren Wo wir das schon fast nicht mehr hinbekommen Das Ganze muss ja auch später irgendwann zu Papier gebracht werden Da dann noch Präsenz zu zeigen, ist oft schwierig, ja Aber wichtig ist es Auf jeden Fall Ist ja auch eine der Kernaufgaben der Polizei Auf dem Weg zur Wache der nächste Einsatz Plötzlich im Vorbeifahren Oh, wie sehen Sie denn aus? Deswegen ist das ja passiert Eines der Hauptprobleme für die Stadtpolizisten Die Trinkerszene Getrunken wird überall in der Stadt, zu jeder Tageszeit Körperverletzungen gehören dazu Verbluten wird sie jetzt nicht Glauben Sie mal, das ist in Ihrem Interesse Absolut Brauchen Sie nicht Nein, brauchen Sie nicht Ist alles in Ordnung Ist alles in Ordnung In diesem Fall soll einer der Männer eine Frau so schwer geschubst haben Dass sie mit dem Gesicht auf den Bordstein fiel Die Frau blutet stark Er hat sie geschubst Von der Moral-Roll-Shop Er Er Ja, ja, ja Bitte nicht mal Hören Sie mal bitte aufzutrinken Zumindest bis der Krankenhaus Sind Sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Aber jetzt so lange gibt die Zeichen Ein Alkoholtest ist freiwillig Er fällt deutlich aus Fast alle Beteiligten haben zwischen 2 und 3,5 Promille Auch bitte einmal festhalten Völlig bei Ihnen Halt, 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 halt So schnell nicht Sie hatten ja gar keinen Ausweis dabei So, Sie sind beschuldigt da im Strafverfahren Da können Sie nicht einfach so gehen Da muss ich schon irgendwie genau wissen Der mutmaßliche Täter ist vorbestraft Und für seine Gewalttätigkeiten bekannt Wie einige andere hier auch Haben Sie dann mal einen Ausweis für mich? Sie haben nichts Für Bier Die Nase der Frau ist nicht gebrochen Trotzdem wird das Ganze vor Gericht landen Es geht um Körperverletzung Ein mühsamer Verwaltungsakt Denn die Frau hat keine ständige Wohnadresse AT wurde bereits gemacht Sprich Ihnen bitte einen Platzverweis aus Das Einzige, was die Beamten jetzt noch machen können Platzverweise aussprechen Und hoffen, dass sich alle daran halten Er hat den Ort schon verlassen Und dann kann er entlassen werden Fast 20 Uhr Eine eher ruhige Schicht Gut möglich, dass die beiden Kommissare Heute mal pünktlich nach Hause gehen Wie oft kommt das vor, dass ihr pünktlich Feierabend machen könnt? Ja, selten Also ist es häufig so Dass binnen der letzten halben Stunde Vor Feierabend Noch irgendwelche Soforteinsätze reinkommen Ja, das kann man sich nicht aussuchen Das ist immer Lage und Uhrzeit abhängig Der Klassiker ist es halt Dass es eine Viertelstunde vor Feierabend Noch mal einen Einsatz hagelt Dann muss man halt noch mal los Zurück auf der Wache Abteilungsleiter Tom Dilling macht den Dienstplan Freie Wochenenden für seine Truppe Muss er immer öfter streichen Er hat einfach zu wenig Personal Zurzeit sind wir noch in der Lage Das einigermaßen zu kompensieren Bloß es staut sich ja immer mehr an Ich sage, ich habe einen Überstundenstand von 400 zurzeit Das ist nicht abbaubar Und wenn man sich dann überlegt Was daraus erwächst Wenn zum Beispiel dann auch die Landesregierung verkündet Wir zahlen jetzt mal 10.000 Überstunden Bei Polizeibeamten aus Was das dann auch wirklich auf dem Konto bedeutet Das zeigt dann auch die Wertschätzung Uns gegenüber meiner Meinung nach Wie manche Menschen mit uns umgehen Wenn ich letztendlich 13,50 Euro Für eine Überstunde ausbezahlt bekomme Dann möchte ich nicht in die Freiewirtschaft gucken Das gleiche gilt Feiertage, Nachtdienste, Sonntagsdienste Wir kriegen an einem Sonntag Die Stunde 2,50 Euro extra Wir sind in Niedersachsen Jetzt mittlerweile Am Ende aller Länderpolizeien Mit Dienstung gezogenen Zeiten Ich habe bisher eine Erhöhung In meiner 35-jährigen Dienstzeit mitgemacht Das war Anfang der 80er Jahre Da war es noch D-Mark-Zeiten Da ist es mal verdoppelt worden Und seitdem ist nichts passiert Das Land plant, dieses Jahr Etwa 1.000 neue Polizisten auszubilden Hannover Einsatzbesprechung der Bereitschaftspolizeien Sie sind keiner festen Wache zugeordnet Unterstützen überall Z.B. bei Demonstrationen Fußballspielen, Staatsbesuchen Und das über die Landesgrenzen hinaus Aber wir haben noch offen Eine Anfrage aus Bremen Anlässlich des Spiels Bremen Gegen den VfL Wolfsburg Wenn wir die 7. entsenden würden Hätten wir noch Restkräfte In der 6. um die Stärken zu erreichen Das wird eng werden Die gesamte BFE ist ja weg Können wir noch Module entsenden Zur Unterstützung der 7. Hundertschaft Da müssen wir dann noch mal Mit der 6. sprechen Ob noch was übrig ist Schieben, tauschen, falschen Anders geht es nicht Am Ende ist immer eine Einheit zu wenig Ein Einsatz zu viel Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren Ist es mit Sicherheit mehr geworden Das kann man ganz deutlich sagen Da konnten wir schon Einsätze Zwei Wochen vorher planen Und sagen Ihr kriegt hundertprozentig die Kräfte Und jetzt sieht es so aus Dass da teilweise Zwei Tage vorher Noch größere Einsatzanlässe reinkommen Wo man dann mal betrachten muss Ob man die eigentlich schon zugesagten Kräfte Auch noch stellen kann Das heißt Wo man früher weniger Kräfte gebraucht hat Braucht man heute mehr Kräfte Und das alles aus einem gleichbleibenden Kräftekuchen Der nur einmal verteilt werden kann Das spüren auch Bereitschaftspolizisten in Braunschweig Es ist Montag, 17.30 Uhr Hinter den jungen Frauen und Männern Liegt bereits ein langes Einsatzwochenende Doch es geht gleich weiter Besprechung für einen Routine-Einsatz Eine Demonstration in der Innenstadt Braguida Ein Ableger der Pegida-Demonstrationen aus Dresden Frank Berger und Maik Heuer Führen die komplette Truppe an diesem Tag Sie tragen auch die Verantwortung Für die jungen Polizisten Und sehen, was denn kommt Wir haben Teil 1 ganz kurz Braguida Das werden wir heute wie immer kurz fassen Weil das ist die liebe Braguida-Veranstaltung Heute die 53 Ich weiß es gar nicht Also schon sehr lange Wir haben Braguida ein verändertes Zeitfenster Das geht nämlich heute bis 23 Uhr Aber Braguida, Pegida, Ligi Da ist ja jetzt ein Phänomen Was ja eher neu aufgetreten ist Bindet das in besonders auch Kräfte? Ja, sicherlich Klar, für uns eine Hundertschaft Ja, es bindet eine Hundertschaft Für 30, 35 auf der einen Seite Und 100 auf der anderen Seite Die sonst heute woanders verfügbar wären Die Kräfte Also eine Hundertschaft Das ist schon eine ganze Menge Für so eine Lage Und das immer wieder Kern montags Und nicht nur in Braunschweig Und das in der Regel Nach einem Einsatzwochenende Wo man das Montag frei machen könnte Sind wir halt regional Bedingt halt immer noch weiterhin im Einsatz Dann den nächsten Tag Ist so Eigentlich sollte die Einheit heute Ein Zweitligaspiel der Eintracht Braunschweig begleiten Das übernehmen nun Kollegen aus Lüneburg Die Braguida-Demo ist zumindest heute Sogar Teil der Stadtführung Auftrag der Polizei Die Braguida-Demonstration Vor Übergriffen der Gegendemonstranten zu schützen So sieht es das Versammlungsrecht vor Wir machen die Sperrlinie So wie beim letzten Mal Von hier von der Ecke Dom rüber Anne Siebert Polizeikommissarin 27 Jahre alt Und Gruppenführerin Sie war bei fast jeder Braguida-Demo dabei Also ich denke mir immer Klar souveränes Auftreten Also sprich gewisse Körperspannung Und ja Eine gewisse Körperhaltung Ansonsten darf man sich davon natürlich nicht irgendwie Provozieren lassen Oder aus der Ruhe bringen lassen Solange es nicht in das Gewalttätige Also in das Körperliche geht Gibt es da keinen Grund großartig Irgendwie sich aus der Ruhe bringen zu lassen Geht los Es geht los Die Demo-Route ist kurz Nur wenige hundert Meter Einmal um den Block Trotzdem müssen die Polizisten Gegen Demonstranten und Demo-Teilnehmer Aufwendig trennen Habt ihr auch mit Hier kommt jetzt keiner durch Und die werden dann so rübergeschoben Wir werden dann so schräg aufklappen Wahrscheinlich Nun muss es schnell gehen Die Gegendemonstranten kommen Und sollen Pragila nicht erreichen Zu Wort kommt hier heute keiner mehr Es ist die 53. Pragila-Demonstration in der Stadt In ganz Niedersachsen Waren es im vergangenen Jahr Mehr als 70 Demos Immer mit Polizeibegleitung Diese Stärke muss gestellt werden Und die können wir jetzt nicht immer Als Braunschweiger stellen Sag ich mal Von daher muss man sich dann auch Gut und gerne mal Kräfte von anderen Hundertschaften Von außerhalb herholen Die einen dann sozusagen unterstützen Oder wie es jetzt heute der Fall ist Eben den anderen Einsatz Nämlich den Fußballeinsatz wahrnehmen Was wir mit unseren Kräften Eben nicht mehr schaffen könnten Sie wird erst gegen 22.30 Uhr Zuhause sein Und so für Sie jetzt so privat Wie macht so der Freundeskreis Und das Umfeld Das dann alles so mit? Ist schon schwierig Man könnte jetzt ja an so einem Montagabend Auch mal was anderes machen Ja, ja natürlich Es ist natürlich Dadurch, dass es ja eben diese Routine ist Kann man schon von vornherein sagen Okay, montags bin ich eher nicht in der Lage Überhaupt irgendwas zu machen Das Wochenende ist dann natürlich Immer schon ein bisschen schwieriger Weil da wäre eher so ein Tag Wo man sagen würde Gut, dass man am Wochenende Vielleicht mal irgendwas unternimmt Das ist natürlich schon schwieriger Auch gerade wenn Einsätze Relativ spontan reinkommen Dass man dann doch sagt Ja, ich habe erst zugesagt Und muss jetzt doch leider wieder absagen Hamburg Das Lokalderby HSV gegen Werder Bremen Die Bereitschaftspolizei aus Eutin Ist dafür nach Hamburg gekommen Auch Polizisten der BFE Der Beweis- und Festnahmeeinheit Die Spezialisten haben den Auftrag Straftaten zu dokumentieren Und Täter festzunehmen Jürgen Herdes ist Chef der Einheit Er ist seit 20 Jahren im Dienst Zunächst sieht alles nach Routine aus Es gibt einen Aufruf von den Hamburger Fans Dass sie sich am S-Bahnhof Elbgaustraße treffen wollen Von da werden sie einen Fanmarsch machen Und den werden wir abgesetzt begleiten So heißt es bei uns immer Das heißt nicht ganz nah ran Weil das provoziert immer Und gibt unnötigen Ärger Trotzdem setzen sie schon Helme auf Ein deutliches Signal Ja, also Pyro-Technik wird abgebrannt Und Polenweller werden geschmissen Das ist erstmal für uns das Zeichen Dass wir uns jetzt eine erhöhte Einsatzbereitschaft gilt Dass wir uns schnell fertig machen Deswegen setzen wir jetzt auch schon Helm auf Das ist von oben auch gerade angesagt worden Und wann jetzt auch weitere Maßnahmen Die jetzt Polizeikräfte werden jetzt beworfen Ja, Polizeikräfte werden jetzt beworfen Ich denke, es geht so langsam los Und wir würden uns jetzt fertig machen Und uns einsatzbereit machen Zum S-Fahnhof oder zur Elgau-Fassage Dann dürfen wir die So, fahr, 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 fahr Wir stellen uns den Doppelräder hinter Ja Die Beamten treffen auf Hunderte aufgebrachter Fans Nach einem friedlichen Marsch sieht das nicht mehr aus Die Fans, zum Teil vermummt, zünden immer wieder Böller Herdes und seine Truppe müssen die Taktik ändern Einer der Fans versucht die Lage in den Griff zu bekommen Vergeblich Sag mal an, dass wir das so nicht halten Da muss er Wasser einsetzen Wir brauchen Kräfte, das halten wir nicht Zu blöd, oder? So lange Sie Ihre eigenen Leute Entschuldigung, kommen wir hier jetzt nicht durch? Nein, ist gesperrt Wie lange? Wir warten darauf, dass die die Pyrotechnik nicht mehr werfen Und auch die Vermummung ablegen Dann begleiten wir einen Fan-Marsch Ob die das in ihrer Gruppe umgesetzt bekommen Das ist spannend, da bin ich mal sehr gespannt Schauen wir mal Die nächsten Böller Das ist nicht zu glauben Ihr könnt ja einen Fan-Marsch machen Aber ihr müsst friedlich sein dabei Ich bin auch friedlich Ja, ich auch Sie drohen uns doch Gewalt ein Nein, wir drohen nur, wenn ihr droht Dreht um, oder was? Die Gruppe dreht um Gleichzeitig greifen weiter entfernt Fans einen Wagen der Polizei an Bundesweit mussten in der vergangenen Saison 749 Spiele durch Polizisten begleitet werden Kommt rein, rein, alle rein Bei Auseinandersetzungen wie dieser werden immer wieder Fans und Polizisten und auch Unbeteiligte verletzt Da können wir ja nicht zugucken Der Auftrag Straftäter finden Die rennen jetzt alle hinten rum Ja Doch die Suche gestaltet sich schwierig Wo sind die gewalttätigen Fans? Hast du einen Standort von Ihnen? Bitte? Ein Standort? Ja, ich glaube nicht Es dauert einen Moment noch Ja, höchstens Was war denn los? Naja, der Fan-Marsch hat sich aufgelöst Von daher müssen wir jetzt mal sehen Wo die ganzen Fans abgeblieben sind Die müssen ja doch irgendwie noch zum Stadion kommen Und da müssen wir sehen, dass wir trotzdem dranbleiben jetzt Kommen die Flaschen wieder festlegen? Nein, bis jetzt nicht Ja, alle weg Ja, alle weg Alle bei mir in der S-Bahn Sind die mit der S-Bahn gefangen? Ja klar Schon lange gibt es Forderungen an den Deutschen Fußballbund solche Einsätze mitzufinanzieren Denn jeder Einsatz der Polizei wird aus Steuergeldern bezahlt Kurze Unterbrechung bei der Tätersuche Na, guck mal, dann habt ihr euch hier gefunden Perfekt Ja, gut, Billi Ist das jetzt ein bisschen entspannter? Das war jetzt gerade Es sind zwei Fans aus England Die haben keine Karten Und wollen gerne wissen, wo hier eine Kneipe ist Die habe ich jetzt gerade noch vermittelt An die Hamburger Fans Ansonsten warten wir jetzt auf die Wir haben ein paar Straftäter aufgenommen Auch auf Video Und wir warten jetzt hier An den jeweiligen Stellen Wo sie denn ins Stadion müssen Und gucken mal, ob wir die wiedererkennen Um sie dann festzunehmen Heute finden sie niemanden Der Einsatztag geht zu Ende Einer von vielen in diesem Monat So richtig Ruhe haben die Bereitschaftspolizisten nicht Am nächsten Morgen, in einem Samstag Steht der nächste Einsatz an Hannover Fortbildung für die Braunschweiger Bereitschaftspolizei Auf dem Plan Antiterrortraining Das erste für die Polizisten An den Wänden An den Wänden martialische Schlagzeilen Zur Terrorgefahr Das Thema beschäftigt Deutschland Seit kurzem erst werden die Beamten Auf Terrorlagen vorbereitet Eine spezielle Ausrüstung haben sie nicht Sie sind aber die Ersten Die bei Terroranschlägen vor Ort wären Geübt wird auf einem verlassenen Kasernengelände Was FX-Waffen angeht Und auch MP5 Geschossen wird mit Übungsmunition Fahrpatronen sollen einen Treffer markieren Im bisherigen Dienst Hat hier noch niemand auf Menschen schießen müssen Hinter diesem Gebäude Befindet sich das jüdische Gemeindezentrum Und Ihr seid In einem Einsatz zum Schutz Diese Veranstaltung eingeteilt Dürft aber nicht direkt vor das Gebäude Von daher steht ihr abgesetzt Also gleich hier vorne Da wo der Eingang ist Da könnt ihr euch postieren Hier aber auf der Straße Also nicht reingehen Sondern ihr bleibt hier vorne auf der Straße Das ist so euer Punkt Wo ihr euch auffällt Ihr seid weit genug weg Fragen noch dazu? Alles andere wird sich dann über Funk entwickeln Fragen gibt es keine Alle machen das hier zum ersten Mal Auch Anne Siebert Durch die ganzen Geschehnisse der letzten Monate auch Muss man sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen Das haben wir bisher so explizit noch nicht getan Weil es sich einfach noch nie ergeben hat Die Situation war noch nicht da Ist natürlich schon so Dass es ein ganz anderes Gefühl ist Mit dem man einfach in so einen Einsatz dann reingeht Weil man weiß Es könnte eventuell zu einer Situation kommen Wo man wirklich auch die Schusswaffe benutzen muss Also das ist schon ein bisschen was anderes Man muss ganz aufmerksam sein Und immer dabei Anne Siebert und ihre Kollegen Platzieren sich in der Nähe des Gebäudes In dieser Übung ein jüdisches Gemeindehaus Die Masken sollen sie vor den Fahrpatronen schützen Sie werden sie brauchen Jetzt muss die Truppe ran Aus dem Gebäude sind Schüsse zu hören Wir haben eine Terrorlage Erstmal vorwärts schnell Person mit Schusswaffe Kannst du irgendwen sehen? Nein Wir müssen zu dem Berg Ja, dann weiter Bei einem echten Anschlag Wären die jungen Polizisten Die ersten, die auf die Terroristen treffen Denn Großveranstaltungen Sichert oft die Bereitschaftspolizei Ja Wir haben Täterkontakt Lea, hier ran Abstand Granate Ende der Übung Täter gestellt Alles gut? Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen Ich habe zwei Magazine gehabt Ja, also letztendlich natürlich Eine sehr Ich drücke es mal nett aus Unangenehme Situation Erstmal schwer einsehbar Überhaupt der Bereich Sich überhaupt dieser Personengruppe Zu nähern Und dann noch ausfindig zu machen Wer ist jetzt dieser Sogenannte beschriebene Täter Fand ich sehr bemerkenswert Sehr gut Dann schnell einen Überblick verschafft War eine sehr gute Idee Von Nick Als er gesagt hat Wir gehen einfach in das Haus rein Da haben wir einfach Die besten Möglichkeiten Dazwischen den Fenstern Immer wieder Deckung zu nehmen Und zu suchen Und rechnet vielleicht auch Keiner unbedingt mit Dass wir uns jetzt in dem Gebäude befinden Und nicht außen lang gehen Ich glaube, das war auch unser Vorteil Ansonsten Hättest bestimmt Einen von uns getroffen Gehe ich stark von aus Weil Schusswechsel war jetzt auch nicht gerade minimal Längst nicht alle Bundesländer Haben für ihre Bereitschaftspolizisten Spezielle Antiterror-Trainings vorbereitet Oft fehlen die Zeit Und mal wieder Das Personal Braunschweig In der Spätschicht von Frank Vogtländer Und Sina Begemann Geht es um eine Bagatelle Ein Falschparker Gib dir mal ein Kennzeichen Probier mal den Halter zu erreichen Warten auf den Abschlepper Das kann dauern Doch sie haben Glück Die Fahrerin kommt zufällig vorbei Der Abschlepper kann wieder umdrehen Folgendes Deshalb wir hier sind Die Herrschaften wollten raus Konnten sie nicht Weil sie direkt davor stehen Haben sie Führerschein Fahrzeugschein Und Personalausweis dabei Die Führerin ist ja gerade vor Ort erschienen Du brauchst nicht mehr suchen Dann wäre es nett Damit die Herrschaften los können Wenn sie den Waren einfach einmal Einen Meter zurücksetzen könnten Hast du schon abgestellt Bei 1.0? Ja Die Polizei, dein Freund und Helfer In diesem Fall stimmt es Die Frau muss den teuren Abschleppwagen Nicht bezahlen Wir würden allerdings Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren Gegen sie einleiten Kommt ein paar Warngelder auf sie zu Damit muss ich leben Ja? Gut, okay Protokolliert werden muss trotzdem alles Selbst Bagatellen müssen schriftlich festgehalten werden Ein Verwaltungsakt Das kann Stunden dauern Zeit, in der die Beamten auf der Straße fehlen Das ist schon immer viel Schreibarbeit Wenn man dann weiß, warum man das Ganze jetzt macht Auch für eine simple Fundsache Schreibt man da teilweise einen einseitigen Bericht Dann braucht man da schon ein bisschen Zeit für Ja Immer mehr Großereignisse und Events in der Stadt Binden immer wieder Beamte, die woanders fehlen Da bleibt nur noch den Mangel zu verwalten Das heißt, ich muss Kollegen quasi ihr freies Wochenende wegnehmen Damit ich das Personal zur Verfügung stellen kann Um diese Einsatzlagen zu bewältigen Kann ihnen aber gleichzeitig nicht an einem Dienstwochenende Dienstfrei gewähren Weil wir sagen, wir brauchen, um die Arbeit hier zu erledigen Mindestens so und so viele Leute Und wenn ich meine Urlaube abziehe Und jetzt die Sommermonate stehen jetzt wieder vor der Tür Und die Ferienzeit Dann werden wir quasi den gesamten Sommer Mit allen Leuten durcharbeiten müssen Da ist es vielleicht mal möglich In einem Frühdienst oder in einem Wochen-Nacht-Dienst Mal eine Schicht freizunehmen Aber ansonsten muss da durchgearbeitet werden Sachsen-Anhalt Hier wurde in den letzten Jahren besonders viel Personal gespart Es fehlen knapp 1000 Polizisten Deshalb werden nun erst mal 20 Hilfspolizisten ausgebildet Sie sollen die richtigen Beamten Vor allem bei der Verkehrsüberwachung unterstützen Polizeikommissarin Virginia Zedecker Hat drei Monate Zeit Die Hilfspolizeianwärter für den Einsatz vorzubereiten Dann sollen sie auf die Straße Auf ihrer Uniform steht schon jetzt Polizei Heute sollen sie den Umgang mit Pfefferspray lernen Der eine oder andere wird auch vor Schmerzen laut anfangen zu schreien Auf sowas müssen sie sich denn gegebenenfalls einstellen Dass man sie auch nicht unbedingt an sich heranlässt An denjenigen, den sie dort mit Pfeffer besprüht haben Dass der sie vielleicht auch wegstößt, weil er eben halt diese Schmerzen hat Ich hab ja gesagt, einen Selbstversuch machen wir nicht Weil es ist wirklich unangenehm, sollte man vermeiden Die Hilfspolizisten kommen aus den unterschiedlichsten Berufen Etwa Friseurin oder Goldschmied Der berühmt-berüchtigte Polizeisporttest blieb ihnen erspart Wir sprechen hier von einem Zeitraum von drei Monaten, den wir ausbilden Die normale Ausbildung des mittleren Dienstes bei uns im Sachsen-Anhalt Beträgt zweieinhalb Jahre Die zum gehobenen Dienst sogar drei Jahre Ich denke, das ist dann schon aufgrund der Kürze der Zeit Gar nicht möglich, da mehr zu vermitteln Als wirklich nur anzureisen Franziska Franz Zentgraf war früher bei der Post Dann blieb sie zu Hause, um ihre drei Kinder großzuziehen Nun sucht die 45-Jährige noch einmal eine Herausforderung Dauert es länger mit Taschen Also für mich jetzt persönlich oder ich Was geht's aus? Taschen sind noch neu? Jetzt krieg ich sie noch aus Das dauert ein bisschen lange Das dauert lange, mir dauert es lange Also ich wäre so Zack und ein Kaff und dann habe ich es Ich komme schon aus einer Polizeifamilie Mein Vati war bei der Polizei und mein Opa War schon immer mein Kindheitstraum gewesen Ich möchte halt meinen Beitrag dazu leisten Als Hilfspolizeibeamtin in erster Linie Für Ordnung und Sicherheit im Land zu sorgen Einen Beamtenstatus haben die Anwärter allerdings nicht Ihr Vertrag ist auf zwei Jahre befristet Eingesetzt werden sie ab August dann immer gemeinsam Mit einem regulär ausgebildeten Polizisten Und ansonsten immer Sprühstöße Ich hatte vorhin gesagt Nicht länger als eine halbe Sekunde bis Sekunde Personen ansprechen Gehen sie zurück Und dann lassen sie die Handlung Oder ich werde Pfeffer einsetzen Macht da nicht Pfeffer sprühen und ausweichen Aus 160 Bewerbern wurden 20 ausgewählt Dabei kam es aber nicht nur auf ein sauberes Polizeiliches Führungszeugnis an Auf einer Seite ist es schon mal dieses Auftreten Weil man ist ja in der Öffentlichkeit präsent Man sollte sich schon gut verkaufen können Kommunikativ ist das auch immer so eine Geschichte Teamfähigkeit Alles das was so den guten Umgang generell unter den Kollegen nur fördert Hören Sie auf Ich werde Pfeffer einsetzen Komm mir nicht so nah Ich werde Pfeffer einsetzen Immer schön an den Gesichtspalten treffen Pfefferspray bleibt neben Handschellen ihr einziges Werkzeug Und was ist wenn jetzt die Hilfspolizisten angegriffen werden? Also im Prinzip ist es immer so die Richtung Einfache körperliche Gewalt Das was jeder normale Mensch auch denn dann machen würde Steht ihnen natürlich genauso zur Verfügung Ja und da muss man sich denn dann helfen Wir qualifizieren aber jetzt im Rahmen dieser Ausbildung das erstmal nicht Kleines Szenario Ich habe den Herrn Krause nochmal gebeten Sich hier als Lumich zur Verfügung zu stellen Also Lumich ist bei mir immer so ein Begriff für Übeltäter Ja Straftäter Er wird sie verbal attackieren Vielleicht auch anfangen ein bisschen zu schubsen Sie versuchen dann dann sich ein bisschen Raum zu schaffen Und ziehen das Pfeffer und attackieren ihn Denn dann mit Pfeffer Er bekommt von mir eine Schutzbrille Krawall wegen des Blitzgeräts Das kann schon mal ungemütlich werden Jetzt baust du ab oder was? Ruhig geblitzt worden oder was? Wie soll denn das? Ganz ruhig Abstand! Ruhig dich setzt Pfeffer ein! Ruhig! Komm! Komm, hinsetzen! Setz dich hin! So, ganz ruhig Man darf halt keine Angst haben Man muss die Angstschwelle hier überwinden Aber es ist interessant und man muss üben, üben, üben Das ist ja jetzt nur eine Übung Aber es könnte ja irgendwann mal ernst werden Ja, aber dann, also ich gehe jetzt mal von mir aus Dann kommt das spontan Also Angst habe ich nicht Die Hilfspolizisten bekommen ca. 1900 Euro im Monat Brutto Als verbeamtete Polizisten bekämen sie mehr Also ich persönlich kann keine Perspektive bieten Ja, ich kann nur darauf abstellen, was bekannt ist Sie haben einen Arbeitsvertrag für zwei Jahre unterschrieben Was nach diesen zwei Jahren sein wird mit Ihnen Wie sie weiter verwendet wird im Land Diese Anfrage kann ich nicht beantworten Über die Zukunft der Hilfspolizei Entscheidet das Innenministerium Sachsen-Anhalts Hier gibt man sich optimistisch Das Projekt Hilfspolizei war die Idee von Minister Holger Stahlknecht persönlich Wir haben einen ermittelten Bedarf von Polizeibeamten für dieses Land Von 7000 Kolleginnen und Kollegen Wir haben derzeit etwas über 6000 Kolleginnen und Kollegen Das heißt, wir haben ein Delta, was wir in den nächsten Jahren ausgleichen müssen Von 1000 Polizeibeamtinnen und Beamten Und diese Lücke, bis wir die aufgefüllt haben Die kann mit ersetzt werden Durch Hilfspolizeibeamten Weil sie uns dort an der Stelle entlasten Von Hilfspolizisten halte ich gar nichts Und es scheint mir also politisch Ja wirklich als ein Offenbarungsei zu sein Also wenn ein Bundesland nicht in der Lage ist Seine Polizei personell so gut auszustatten Dass sie auch tatsächlich die Aufgaben wahrnehmen kann Dann haben wir da ein ernstes Problem Aber das lösen wir nicht über Hilfspolizisten Da wo Polizei draufsteht Also im wahrsten Sinne des Wortes auf der Uniform Da muss auch Polizei drin sein Also ich halte das für nicht maßgeblich Diese Unterscheidung durchzuführen Weil für den Bereich, in dem die Hilfspolizei eingesetzt ist Immer unter Begleitung eines erfahrenen Polizeibeamten Hat derjenige die Befugnisse Die er gegenüber dem Bürger braucht Und ich frage mich auch, was soll denn ein Bürger machen Wenn auf dem Hemd hinten stehen würde Hilfspolizeibeamte Das wird doch die Bevölkerung noch wesentlich mehr verwirren Und insofern ist das, was Kritiker vorwerfen Sicherlich eine theoretische Diskussion Weil man alles immer kritisch hinterfragen kann Mir persönlich fehlt die Vorstellungskraft Wie auf einem mehrwöchigen Lehrgang Menschen ausgebildet werden sollen Die dann zum Teil polizeiliche Aufgaben wahrnehmen Und deswegen halte ich das für sehr, sehr schwierig In neun Bundesländern sind bereits Hilfspolizisten auf der Straße In Sachsen sind sie sogar bewaffnet Die Antwort der Politik auf ihren eigenen Sparkurs Hamburg Die Beweis- und Festnahmeeinheit aus Eutin Ist heute bei der 1. Mai-Demo im Einsatz Bei einer Routineüberprüfung finden sie plötzlich selbstgebaute Sprengsätze In den Rucksäcken einiger Jugendlicher Farbbomben und Spraydosen Die mit Böllern explodieren sollen Diese Sprengsätze können lebensgefährlich sein Wenn man sich die jetzt hier anguckt Die sind ab 15, 16, 17 Hätte auch ich nicht gedacht Obwohl ich relativ lange bei Demos dabei bin Dass die solche Dinge dabei haben Was kann schlimmstenfalls passieren Wenn solche Sachen jetzt während der Demo gezündet werden Also es ist ne Sprengvorrichtung Alles was man sich da vorstellen kann Also ja, hohe Druckwelle Mit allen Verletzungen, die daraus entstehen können Das gewaltbereite Klientel bei Demos werde immer jünger Sagen Beamte Und nicht nur das Polizisten sollen offenbar gezielt verletzt werden 1650 Polizisten aus drei Bundesländern Sind in Hamburg an diesem Tag im Einsatz Die erste Mai-Demo verläuft zunächst friedlich Dann fliegen Böller Auf der Marschroute kommt es jetzt zu heftigen Auseinandersetzungen Man hörte gerade, skandierte gerade Die Bullen haben Bock Wir auch Also ich würde lieber nach Hause gehen Wir müssen weiter Bis später Da, links, links Demonstranten berichten jedoch Auch einige Polizisten würden immer brutaler Die Fronten sind verhärtet Aber sie gehen nach links weg Ja, sie müssen ja weg Irgendwo müssen sie hin Mitten im Gewühl Kollegen Hey Was macht ihr denn hier wieder? Ihre Versammlung ist hiermit aufgelöst worden Sie haben die Pflicht, sich zu entfernen Ich befürchte fast nur, dass wir alles aufmachen Das glaube ich auch Ihre Versammlung ist hiermit durch die Polizei aufgelöst worden Wir gehen an die Tankstelle Und wir müssen gucken, dass wir die Grünfläche im Auge behalten Demonstrationen werden aus Sicht der Polizei Immer öfter zum Katz-und-Maus-Spiel Experten sagen Politische Forderungen treten hinter den Eventcharakter zurück Also die Demo ist jetzt aufgelöst worden von der Polizei Weil es unfriedlich geworden ist Das heißt, die ganze Einschließung wird jetzt gerade geöffnet Und wir reagieren jetzt nur noch darauf Ob es weiter unfriedlich bleibt Bis tief in die Nacht bleibt es so Braunschweig Wieder Nachtschicht für Sina Begemann und Frank Vogtländer Nach einer Schlägerei im Stadtpark suchen sie einen der Täter Alles, was sie haben, ist eine vage Beschreibung über Funk Der junge Mann auf dem Rad ist es nicht Sie müssen weitersuchen Dann können wir ihn ausschließen Okay, dann können Sie weiter Danke Das kam raus Ja, jemand mit einer roten Trainingsjacke Und darüber einen schwarzen Kapuzenpullover Und das hat ja bei ihm so ein bisschen gepasst Einen Computer mit einem Fahndungsfoto haben sie nicht dabei So ein spezieller Polizeilaptop ist derzeit in der Erprobungsphase Das wäre was für uns, das wünschen wir uns auch Weil ich selbst weiß ja, was ich dann für Informationen brauche Wenn ich die schwarz auf weiß auf dem Tablet vor mir habe Dann kann ich die sehr viel besser für mich selbst filtern Als wenn das Dritte für mich tun Sprich, jetzt ist es so, dass wir über Funk unsere EDV-Stelle ansprechen Da sitzt ein Kollege oben in der Leitstelle Und gibt uns dann die Informationen weiter Die er dann entsprechend sieht Und trifft so eine Vorab-Auswahl Insbesondere bei Personenbeschreibungen Also viele haben ja eine Kriminalakte mit Bild Bevor mir dann ein Kollege über Funk fünf Minuten lang beschreibt Wie die Person aussieht, könnte ich mir einfach ein Bild angucken Und dann weiß ich es halt genau Hört sich nach einer sinnvollen Sache an Doch wann die Polizei flächendeckend damit ausgestattet wird, ist noch unklar Nächster Einsatz Diese Geburtstagsparty endet früh Eine junge Frau ist total betrunken Nicht mehr ansprechbar Die Rettungssanitäter kommen dazu Ihr Zustand ist ernst Es besteht der Verdacht auf Drogen im Getränk Damit haben es die Beamten immer öfter zu tun Ich weiß, das ist Ihre Freundin, verstehe ich auch Sie hat aber einfach nur ein bisschen Kiefer ins Glas verschockt Sie hat drei Mischen und zwei Tequila Und sie ist so, eigentlich ist sie nicht so Ihr wisst jetzt auch nicht, was sie getrunken hat Nee, also angeblich drei Mischen und zwei Kurze Okay, aber offene Getränke Müsst du mal irgendfem gratulieren? Haben Sie Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch Ja, danke schön Also jetzt ist, glaube ich, der Geburtstag klein Kannst du mal ganz kurz versuchen Hier lange kräftig reinzupusten, bis ich Stopp sage Ihre Freundin verbringt die Nacht im Krankenhaus Der Verdacht auf K.O.-Tropfen in den Getränken bestätigt sich nicht Alkohol und Drogen spielen bei vielen Einsätzen eine Rolle Immer wieder werden die Polizisten auch selbst bedroht oder angegriffen In ihren Augen wird das immer schlimmer Dann meine ich wirklich Respekt in seiner niedrigsten Form Also ich rede jetzt überhaupt nicht davon Dass ich oder meine Kollegen Dass wir erwarten würden, dass sobald wir vor Ort erscheinen Dass dann, auf gut Deutsch gesagt, die Hacken zusammengeknallt werden Und man sagt Guten Abend oder guten Tag, Herr Wachmeister Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich Ihnen helfen? Sondern die geringste Form des Respekts Das ist für mich Dass ich eine vernünftige Unterhaltung führen kann Dass ich nicht beleidigt werde Dass mir keiner vor die Füße oder ins Gesicht oder an den Körper spuckt Und vor allen Dingen auch, dass ich nicht angegriffen werde Angst erst gar nicht entstehen lassen Das ist wichtig, sagen sie Und gleichzeitig sehr schwer Wenn ich weiß, ich kann einen Polizeibeamten angreifen Anspucken, beleidigen, schlagen Und erfahre keine Konsequenzen Was mache ich mir dann beim nächsten Mal Wenn ich mich wieder in so einer ähnlichen Situation befinde Mehr Gewalt Sie spüren das als Erste Nichtsdestotrotz macht es mir Spaß Vielleicht auch gerade wegen der Kollegen Denn man sieht es ja eigentlich fast häufiger Als die Familie und die Freunde Und dennoch gibt es sie Die Erlebnisse, die sich einbrennen Ich mache mir oft Gedanken Bei Suizideinsätzen Wo man dann hinkommt Was jetzt die Person dazu getrieben hat Aus dem Leben zu scheiden Das sind dann so Kleinigkeiten Die bei mir dann noch so drinbleiben Wir waren mal bei einem Einsatz Da ist eine Person aus dem Hochhaus gesprungen Und wir waren dann noch in der Wohnung Direkt danach drin Und da stand noch eine Tasse Kaffee auf dem Tisch Und die war noch warm Und das heißt, die Person hat gerade vorher noch einen Kaffee getrunken Und von einer Sekunde auf die andere Hat sie sich entschieden, da runter zu springen Und ja, da mache ich mir dann Gedanken drüber Wie man da so kurzfristig drauf kommen kann Da jetzt runterspringen zu wollen Nachts ist manchmal genug Zeit Um so etwas sacken zu lassen Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens In 3 Stunden können Sina Begemann Und Frank Vogtländer Feierabend machen Vielleicht Teuer Vielleicht 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 Das dann Vielleicht Muchas Was знать H artery Vielen Dank.